Das ist das Material, was ich brauche, Udo. Ich wünschte manchmal so gern, dass das gestellt ist. Ich kriege eine mittelschwere Krise. Es läuft alles, bis du auftauchst. Dann funktioniert wieder nichts, als wenn mich die ganze Welt Energie verschworen hat. Dann kannst du nicht seifen. Spring dein Moped nicht an, oder? Kann man von dir anspringen? Nee. Ja, die Düse, da kannst du aber hinkucken. Wo muss ich jetzt hintreten? Da, wo die Schrauben sind!